Habe ich noch rechtzeitig gemacht vor dem Ladesqueen? Ich auch! Du hast wahrscheinlich gerade im Ladesqueen, oder? Nein, vor! Eine Sekunde? Jaaa Captain Leck mich und erster Mart... Captain Leck... Ne, äh, nicht Captain Leck mich! Treten auf! He, nicht Captain Leck mich! Oh, Michael! Marcel Stafford! Macht er auch Bum? Ne, glaub ich nicht! Du alter Seehund! Und... Als... mein erster Mart... Musst du aber auch ein guter Seehund sein, ne? Minions have spawned! Was muss ich sagen? Ein Seehund! Heiter Seebär! Seehund! Ich bin der erste Mart von dir, Blackbeard! Captain lag mich Oh, Captain lag mich, stimmt Ich weiß schon nicht mehr, wo ich lang soll Ich geh mal kurz zurück Okay Das erste Mal nicht Captain lag mich Äh Ah, verdammt Ah, nee, passt ja zu dir grad nicht auf Und den Namen von Der Dings wissen wir grad nicht, ne? Von wem? Von der Tussi Der Tussi Wo du sagtest Dich wir noch als Anderen ersten Mat kriegen Doch, Mary heißt sie Klar Erster Mat Mary? Das klingt bisschen doof, oder? Ich weiß es grad nicht mehr Aber du kriegst eine Nachdem du sie befreit hast Wo Ding stirbt Ähm, wie heißt sie Geht's Die stirbt ja Ja Hallo Du hast richtig gespielt Ich weiß Ich habe ich Oh, 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 oh Ich hab immer bei mir gebrochen den ich nicht hätte gebrochen wollen und er hat mich ist ein fisch der fischfutter der schmack kommt zurück alles klar alles klar lass uns los Kürtel gegen die Fäcken die Staten die Stabilität nicht so viel früher haben ja aber dann wird in der Szenstück weg weg gemeinsam gesorgt müssen wir machen nach dem Gebet da weg mit dem Weg nicht Okay, leck! Mädels, ich schießt! Sehr schön, Essermat! Da kommt meine... mein Item zu füllen! Das war's für mich! Hey! Watch out, I am Lumber! Gurgh! Weißt du wie du grad geklont hast? Ich bin so mächtig sehr im Piraten! Das kam nicht mit Gefühl rüber! Das muss noch ein bisschen mehr üben! Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich! Ich bin so glücklich! Nop! Oh warte mal! Du sitzt hier einfach so! Nein nicht! Aber ich lass meinen Käpt'n nicht alleine! Mein Käpt'n leckt mich! Alles klar! Erste Mann, Mary! Mann! Das klingt so normal! Sag einfach 4 oder sowas! Das klingt wahrscheinlich besser! Erste Mann! Ich sterbe! Das ist kein guter Mann! Was? Ich sterbe noch! Yo! Er hat ein Kill wegen mir, gell? Und der ist bestimmt Level 1! Wer hat nicht mein Relikt! Der bleibt nicht folgt hier! You've been slain! Ich bin schon zweitens von Storm! Ja! Ja! Nämlich gerade der letzte Syncreen! Ja! 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 Der ist bestimmt auch erst der erste Mann, ne? Und dann der Käpt'n! Als hätten das eigentlich nur richtiges gemacht! Ja! Und bei uns läuft das meistens andersrum! Ne? Der Käpt'n Bischitz der ersten Mann! Er hat überlebt. Das gibt's nicht. Oh, der geht mir so auf die Nüsse da, Humbuds. Mir auch. Captain Leck mich, melde gehoffsam. Captain, Tower is down. Verstanden. Erster Mart. Sag einfach Erster Mart. Danke sehr. Erster Mart. Ich weiß gerade, sage ich die überhaupt Erster Mart oder sage ich die gute Namen? Die sagen einfach nicht so. Mein Captain, das kann ich verstehen, dass er das unamt wird. Okay, Captain Leck mich. Ich sterbe. So. Das gibt Rache. Ich bin ein schlechter Captain. Und stirbt. Anstatt mich selber zu beschützen, wie es jeder Captain machen würde, wenn der ersten Mann tot ist, aber nö. Also, ich weiß nicht, was der Capra macht, aber der macht so gut wie gar nix. Erstens, kauft er nur Müll. Und zweitens, der hat nicht mal ein Relikt, der hat nicht mal ein Relikt. Na gut, wo bin der Geister, kann ich noch verstehen. Vakuum schneiden? Vielleicht auch. Mit dem Relikt ist unter attack. Ich gar nix. Je, warten wir auf den Captain. Guck mal, der ist ein schlechter Pirat. Er ist ein Opfer, er möchte beitreten, aber er sieht schlecht aus wie ihn. So, ich habe mich gerecht. Oh, normaler Buff, endlich Buff. Du wolltest eigentlich normaler Buff holen, sonst würde ich auch mal ein Steintrekt-Buff. Kannst du den Captain besser beschützen? Hehehe, du bräuchst noch einen Mann, der auf den Piraten-Skin hat. Weißt du, wer auch gut ist? Vulkin. Da ist auch ein Captain. Wer ist Vulkin? Vulkanus. Aber Blackbit fährt mir besser und den hat nun mal er. Aber wir könnten eigentlich Thiago... Thiago bräuchte noch den Skill, den ich habe. Weil er spielt ja gerne nicht. Oh, shit. Dann könnte ich zum Beispiel Sobek spielen und Tank-Captain spielen. Ich bin dann Captain Tank. Du bist dann meine Ulti. Naja, ich will ja dann den Captain-Skin. Äh, den Piraten... Obwohl, es gibt bestimmt auch mal einen Piraten-Skin, oder? Wo kein Captain ist. Komm her, gleich. Ich habe ja nicht gesehen, was passiert ist da, ne? Ich habe eigentlich nicht gesehen, was passiert ist da. Schiff, wir sind gekapert, Sir. Warte mal, ich bin der Sir. Nein, 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 das heißt, Captain Leck mich. Äh, verdammt. Captain Leck mich gegnerisch auf Piraten. Verdammt. Ich reite den Krab. Wie es nur Blackbeard teamen würde. Da ist Sobek lang gesprungen. Ja gut, das war der weiße Hai. Da ist Sobek lang gesprungen. Oh, so wie es für einen Captain gehört, habe ich meistens Damage gemacht. Und dann kommst du. Ganz genau. Ja, war vor allem nicht mein Ulti. Aber wie es nicht für einen Captain gehört, bin ich am meisten gestorben von uns beiden. Äh, du hattest fast recht, Level 5. Er hat noch kein richtiges Spiel gemacht. Er ist echt Level 5? Ja. Dann bin ich gut.